Die Schlüssel. Das ist so aufregend. Danke. Diese Wohnung gehört jetzt uns. Ihr werdet es nicht bereuen. Lass uns reingehen. Was? Es gibt nur ein Bett? Es gehört mir. Ups. Was für eine Katastrophe. Warum haben wir uns für diese Wohnung entschieden? So übel ist es nicht. Wir werden auf dem Boden schlafen müssen. Ich habe eine Idee. Wir bauen uns ein Etagenbett. Okay, na gut. Das gehört in den Müll. Die Beleuchtung ist dir gut. Lass uns mit den Brettern anfangen. Ein Bild für Insta-Stories. Hör auf. So geht das nicht. Zieh dich um. Okay. So, ich bin fertig. Kevin? Ich bin bereit. Na, wenn du meinst. Lass uns anfangen, das Bett zu bauen. Wie hat er das denn ausgemessen? Andy, du kannst das viel besser als ich. Säge den Überschuss ab. Es ist so laut. Meine Ohren halten das nicht mehr aus. Hey, dein Auge. Was ist denn damit los? Ich helfe dir. Ist das besser? Warte. Lächeln. Was hast du getan? Lächel es lieber. Wir müssen arbeiten. Bist du ernst? Ich brauche noch eine Schraube. Kevin. Warte, Andy. Hier. Ein Burger? Wirklich? Moment. Das müsst ihr hinhauen. Obst. Marshmallows. Ingwer. Viel Milch. Und mischen. Der Smoothie ist fertig. Kevin. Danke, du bist der Beste. Das gibt uns einen Energieschub, um weiterzuarbeiten. Ich habe eine Kettensäge. Das wird die Sache beschleunigen. Leg los. Moment. Ich mache das schon. Du hättest sie einfach einschalten können. Oh je, Kevin. Super. Alles ist befestigt. Gut gemacht, Kevin. Der letzte Nagel. Und das Gestell ist fertig. Sieht gut aus. Aber da sind so viele Splitter. Wir müssen das ändern. Nichts kann besser fallen als mein Werkzeug. Wow. Kevin, es ist makellos geworden. Es wird Zeit für den Anstrich. Nein. Ich bin noch nicht fertig mit dem Pfeil meiner Nägel. Weiß ist gut. Der beste Platz für ein Familienporträt ist hier drüben. Kevin, Candy und Andy. Sie sind Drillinge und auch beste Freunde. Eine Nachricht. Ich bin am Bahnhof. Komm und hol mich ab. Es ist Candy. Ich hol sie ab. Und du fängst an zu meinen. Aber wie geht das? Na gut. Ich kann es ja lernen. Was soll ich jetzt tun? Sis, willkommen. Wow. Kevin. Hi, Kevin. Ich male genau, wie du es mir gesagt hast. Mehr hast du nicht geschafft. Warte. Ich habe dich vermisst, Schwesterchen. Du bist voll mit Farbe. Ich bin gleich zurück. Damit hat er gemalt? Ich werde euch helfen. Sieh mal, was ich mitgebracht habe. Wow. Du bist unglaublich. Wie auch immer. So war es halt. Candy, die Farbe ist hier drüben. Hier. Danke. Wo war ich? Du wolltest mir doch helfen. Es ist hoffnungslos. Ich sagte, meine Brüder warten auf mich. Und von mir ist das, was wirklich zählt. Oh, da fehlt noch was. Ich mache das. Das haben wir super gemacht. Wow. Das ging ja schnell. Ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Wahnsinn. Geschafft. Warte. Es gibt nur zwei Etagen für uns drei. Das gibt es doch nicht. Steinpack die Schere. Ich schlafe oben. Und ich unten. Das macht mir nichts aus. Denn es gibt noch eine Etage. Wow. Candy sieht dir das an. Du hast echt an alles gedacht. Ich werde das Bett in ein Märchenhaus verwandeln. Hier muss doch was sein. Meine Lieblingsbilder sind eine super Dekoration. Blöder Faden. Ich kriege ihn nicht rein. Candy, du bist nicht gerade hilfreich. Sorry. Das wollte ich nicht. Ein perfekter rosa Farbton. Stimmt's, Näschen? Das ist Zeit für ein Foto. Na bitte. Fertig. Ich habe meine eigene Decke genäht. Was hältst du davon, Andy? Super. Mein Rasen ist auch gleich fertig. Das war schon immer ein Traum von mir. Es gibt einen Zaun und Blumen. LED-Lichter. Sieht toll aus. Genial. Eva darf auch nicht fehlen. Wow, Andy. Es ist unglaublich. Danke. Es geht nichts über Wasser. Es ist Schlafenzeit. Schlaf gut da unten. Gute Nacht. Ist es schon morgen? Oh nein. Da brennt etwas. Feuer. Kevin, wach auf. Es brennt. Wo ist mein Feuerlöcher? Candy, komm her. Andy? Grillst du etwa? Ihr seid wach? Ich habe Frühstück gemacht. Für dich. Und dich. Danke. Und Candy hat Feuer geschrien. Feuer. Du hast sogar einen eigenen Feuerlöcher. Das war ein lustiger Morgen. Wer hätte gedacht, dass du grillst? Oh, woher kommt denn das Wasser? Hör auf damit. Ich zahle für eine weitere Stunde. Danke. Andy, was ist denn hier los? Ich habe ein Wasserpack eröffnet. Ich verdiene damit Geld. Der Wasserpack ist geschlossen. Hier ist deine Rückerstattung. Guten Morgen. Hey, pass auf. Ich schlafe hier. Sorry, das wollte ich nicht. Hör auf damit. Nicht den Koffer. Was ist das für ein Lärm? Ich kann nicht schlafen. Hey, ihr. Sie können mich nicht hören. Ich ziehe aus. Warum? Ich schlafe in einer Hängematte. Ich schlafe in einer Hängematte. Wow. Das ist noch kuscheliger als das Bett. Candy, dürfen wir auch? Lasst mich in Ruhe. Candy, bitte. Candy, kannst du uns hören? Hör auf. Na gut. Gut. Beweg dich. Nein, du. Ich kann nicht. Hä? Lasst uns ein Foto zur Erinnerung an dieses Wochenende machen. Hi. Guten Tag. Was macht ihr denn hier? Die Wohnung kostet jetzt mehr. Wer zahlt? Na wir. Ja. Ich muss los. Wir sehen uns. Aber. Bye. Hier ist das Geld. Bis dann. Hi. Ich bin wieder da. Leute. Wessen Bett gefällt euch am besten? Kevins? Andys? Oder meins? Kommentiert unten. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.